Hallöchen liebe Freunde und herzlich Willkommen, herzlich Willkommen zu einem wunderschönen neuen Projekt. Ja, ich mache GTA Rollplay auf einem völlig neuen oder meiner Meinung nach für mich neuen Server. Ich habe es durch die Whitelist durchgeschaft. Ich bin bei der Einwohnermeldebehörde durch. Und ja, jetzt würde ich einfach mal sagen, beginnen wir mit der wunderschönen Fahrt zum Friseur und zum Klamottenladen. So, Mietzeit. Ja, ich würde sagen, wir mieten uns das Ding jetzt einfach mal eine halbe Stunde. Das sollte reichen. Ja, mieten für 450 auf jeden Fall. So, äh, ähm, oh, ich sehe gerade in 5 Minuten wird der Server neu gestartet. Ich weiß nicht, wie das hier abläuft. Äh, close it. Ähm, äh, in 5 Minuten wird der Server halt neu gestartet. Also, ich weiß nicht, äh, wie das hier abläuft, ob, ähm, ob ich, äh, denn quasi auf den Server neu connecten muss. Äh, sollte ich auf den Server neu connecten müssen, äh, werde ich das natürlich machen, ist ja klar. Ähm, sollten die aber, äh, irgendwie, was weiß ich, von einem Server auf den anderen rüber switchen, falls sie so zwei Server haben, ähm, können wir ganz geschützt RP weitermachen. Äh, deswegen bleibe ich jetzt erstmal hier, Freunde. Deswegen bleibe ich jetzt erstmal hier, äh, und warte und, äh, gebe den Lagebericht, wobei 4 Minuten, 4 Minuten reichen, um mal eben schnell zu gucken, äh, dass wir wenigstens zum Friseur es schaffen, weißt du? Ähm, Friseur, Friseur, Friseur. Ja, es könnte eine schnappe Kiste werden, aber man könnte es schaffen, Freunde, man könnte es schaffen. Also, ab zum Friseur. So. übrigens möchte ich liebe Grüße an den guten Weeper ausrichten, der Weeper hat mir nämlich den Server hier empfohlen und meinte, das ist ein mega geiler Server, schau da auf jeden Fall mal vorbei ja und jetzt dachte ich mir, das mache ich einfach mal und gucken, ob der Server mich fesselt weil wenn der Server mich fesselt, könnte ich mir vorstellen, dass das hier mein Hauptserver wird, wo ich anfange RP zu machen so, jetzt haben wir es wenigstens schon mal bis zum Friseur geschafft, das ist schon mal ganz gut weil von da aus kann ich rein theoretisch auch die Wege laufen, wenn es sein muss falls das sich denn auch wirklich speichern tut aber eigentlich sollte sich das speichern damit sollte es eigentlich kein Problem geben zwei Minuten haben wir noch das reicht auf jeden Fall das reicht auf jeden Fall so perfekt so, dann würde ich sagen ab geht die Wilderfahrt äh Frisur muss her und äh wir wissen alle, was ich für eine Frisur in RP trage oder zumindest die, die mich kennen, die wissen das äh so oh, schaffe ich den Bart noch, schaffe ich den Bart noch, Freunde das ist natürlich eine ganz interessante Sache so, Bartdichte so, drei Tage Bart Gönnung guck mal, schon sehen wir viel, viel schöner aus, Freunde schon sehen wir viel, viel schöner aus ich gehe mal davon aus, dass der gerade neu startet wird weil es left 81 oder andere äh, dementsprechend würde ich sagen haut rein bis gleich ich habe gesagt, bis gleich so, ihr Lieben ähm, da wären wir wieder, da wären wir wieder eine weitere Folge GTA-Rollplay ähm wir müssen zum Klamottenladen und Gott sei Dank befindet sich hier hinten einer deswegen würde ich einfach mal sagen ready, Vollgas, Voll raus! User joined your channel so, jetzt sind wir gleich da, Freunde jetzt sind wir gleich da User joined your channel User joined your channel ich möchte mich übrigens bei den Einreisebewohner da der mich, äh, quasi in Empfang genommen hat beziehungsweise beide ähm, möchte ich mich bedanken denn beide haben mir sehr, sehr viel geholfen ähm und, äh, waren auch sehr, sehr freundlich zu mir und da kann ich einfach nur sagen Danke und, äh, Respekt an den beiden und ich denke wir werden noch eine Menge Spaß auf dem Server zusammen haben User left your channel so Bekleidungsgeschäft T-Shirt 15 so 15 Torso irgendwas schlichtes äh User joined your channel Torso Nehmen wir das hier Tattoo braucht man nicht Arme erstmal Standard Hose User left your channel Rosa Nehmen wir die hier Schuhe 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 nehmen wir die und ein Helm und ihr wisst genau welcher Helm, Freunde ihr wisst es ihr wisst es einfach User left your channel So Bestätigen Jetzt sehe ich schön aus, Freunde Jetzt sehe ich schön aus Jetzt hole ich mir noch Essen und Trinken hier drüben User joined your channel Da 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 Gib mir Essen und Trinken Ach, du hast nichts Gsol Ok, dann äh Gucken wir woanders nach Essen und Trinken Die nächstbeste Tankstelle in der Nähe, wo ihr Essen und Trinken bekommen könnt, ist, ist wahrscheinlich die Growth Tank, oder? Sieht zumindest mal so aus. Gut, laufen wir einfach mal kurz da rüber. Ich hoffe einfach, dass die Growth, äh, äh, wenn sie da ist, dass sie nett sind. Ich hoffe, wenn sie da sind, dass sie nett sind. User joined your channel. User joined your channel. So, ready, Freunde, ready. Ich bin gut unterwegs mit meinem Prachthintern. Was ist denn das? Hä? User joined your channel. Äh. Ich will keinen Taco fahren. Ich dachte vielleicht, dass es irgendwie, da kannst du Essen haben. Das ist doch so ein Taco-Auto. Das ist unglaublich. Da ist das einfach mal ein Taco-Auto. Kaum zu glauben, aber wahr. So. Zehnmal Brot. Ah. Ach, Wasser geht nur fünfmal. Okay. Fünfmal Wasser und zehnmal Brot. So, Freunde. Ich würde sagen, wir haben an sich jetzt alles, was wir brauchen, bis auf den Führerschein. Aber Führerschein weiß ich halt nicht, wie viel kostet der. Und ich will mich auf den Server umgucken, weil ich glaube, der Server hat einiges zu bieten, was andere Server nicht zu bieten haben. Und es sieht ja hier sehr, sehr geil aus. Das muss man schon mal sagen, ja. Und wenn ich hier jetzt irgendwie, was weiß ich, irgendwie ein geiles RP kriege, direkt am Anfang, wäre das schon ein Träumchen. So. Ich meine, klar, ich könnte jetzt auf den Führerschein machen, auf ganz entspannt. Aber, naja, ich denke, wir haben bis jetzt in jedem Server, den ich besucht habe, direkt am Anfang einen Führerschein gemacht. und das ist relativ, ähm, ja, es ist relativ immer dasselbe. Und, ähm, ich will ja auch meine erste Folge raushauen, wo ich euch quasi ein bisschen was anderes bieten kann, als nur ein Führerschein. so, ich klappe an meinen Hunger, beziehungsweise meine Hungerleiste wird langsam ein bisschen downy-mauny. so, ich zahle jetzt noch das Geld in der Bank ein. Ich denke, das ist nice, wenn ich das jetzt noch schnell mache, weil so viel Geld will ich jetzt nicht mit mir rumschleppen. Äh, einzahlen? Hallo? Einzahlen. Ah, okay, jetzt muss ich hier die beliebige Summe eingeben. äh, ich würde sagen 2000. 2000, rein damit. Hä? 2000? Es ist ein Fehler ausgetreten. Einzahlen. 2000. Jetzt. Okay. Ich weiß nicht, was vorhin der Fehler war, aber jetzt war es kein Fehler mehr. So, ich würde sagen, wir schauen mal, äh, ob hier hinten am Meeting Point was los ist. Und wenn hier nichts los ist, schau mal kurz beim PD vorbei. Oh, guck mal, ich glaube, hier kannst du dir auch Essen oder so kaufen, ne? Ja, hier ist Hottergestand und so. Sehr nice. Gefällt mir. Ich glaube, da hinten stehen welche. Ja. Ja. Die sind hier drüben, dein Freund ist hier. Oh, 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 oh. Oh, warte, warte, warte. Wer wüsste hier nicht. Wer bist du? Hallo? Ha, ha, hallo. Wer wissen du? Ich bin Klaus. 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 Ah, warte, 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 klaus. Sag mal, muss da bleiben. Klaus, die bahquere. Netz, euch kennenzulernen. Netz, Richtig! Perfekt für das Wetter, naaa? Der passt zu Jan, ne? Ist dieser Jan hübsch? Ja, der ist schwul. Wenn der hübsch ist, will ich den kennenlernen. Ja, ich stelle ihn dir vor. Super! Wir stellen dir gern den Kontakt zur Verfügung. Ich kann dir auch die Nummer von ihm anrufen. Ist der Bob da? Das ist mir zu persönlich. Na warte, der kommt gleich. Ja, lernt sie gleich. Willst du seine Nummer haben? Aktuell ist mir das zu persönlich. Ja, erstmal kennenlernen, ne? Richtig. Ja, warte, warte kurz noch. Ich muss kurz was machen. Ich kann den mehr. 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 Oh Mann. Ich kann den mehr auf. Was denn? Ich weiß nicht, was? Was? Was mache ich denn jetzt schon wieder? Ach, warte mal. Wo ist Shin jetzt hin? Da hinten. Wir sprechen kurz weiter. Okay, da muss ich kurz warten. Was willst du machen? Jetzt gehst du dann. Da kommt Jan. Oder? Weiß ich nicht. Rimm mal. Warte. Ja, ist Jan. Jan. Jan? Der will dich kennenlernen da. Hier vorne. Der mit den Flipflops. Hallo. Weiß was? Weiß was? Weiß was? Geht am besten da kurz denn, okay? Damit die uns nicht stört. Perfekt. Schön sie kennenzulernen. Geh mal bitte weg. Hallo. Können wir mal bitte in zwei Stunden vorhaken? Ja, ja. User join your channel. Achso. Warte. Bevor das losgeht. Du hast ja gerade was gesagt, Snow, ne? Gerade eben. Du hast ja gerade was gesagt, Snow, ne? Emily. Ja? Ja, genau. User in your channel timed out. Achso. Weil ich dir jetzt genau was du machst. Warte Hoffnung, Alter. Ich würd sagen, machen wir jetzt hier vor Ort. Nein! Alter, bist du krank? Ja! Ja? Da, 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 da. Ja, das war die. Was ist denn heute alles so aggressiv? Ja, Jan. Ihr müsst mal Spaß verstehen, Jan. Jan, beruhig dich, Emily. Jan, beruhig dich, Emily! Also, ich lass jetzt mal bitte losfahren. Achso, äh, ne, warte, ich geb erst kurz... Arbeit. Wer bist du? Ich bin Klaus! User join your channel. So, kündelt. Jan, stell dich mal da. Jan, der passt zu dir. Isaac, mach mal kurz Musik an. Ja, warte. Klaus? Ja bitte! Auf jeden Fall! Jan, hier bleib, oder? Du kriegst 300 Monate Knast. Noki, bleib doch hier! Renny, mal bitte hinterher, bitte! Wo, 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 wo? Der ist nach links, nach hinten, der ist nach hinten. Wo ist rennen? Geh weg von mir! Ich hol mir kurz eine Pistole. Ich muss los. Ist nachher irgendwann klar.